In diesem zweiten Teil niedersächsischer Schätze kommen wir zu der Erkenntnis, daß Schätze nicht nur aus kunstvollem Geschmeide bestehen. Wie ich bereits schon andeutete, sind die zahlreich vergrabenen Schätze allem Anschein nach ein zeitgemäßer Ersatz für die Früchte der Natur, welche durch Großgrundbesitzer und politische Landdiebe dem armen Mann verwehrt wurden. Daß meine Theorie nicht nur an den Haaren herbeigezogen ist, haben aufmerksame Hörer bereits erfahren, denn wie sich ein Käse in Gold verwandelt oder die wärmenden Kohlen zum Schatz werden, zeigt sich, daß ein Zauber aus Überlebenswichtigem auch eine andauernde Sicherheit in Form von Gold erschaffen kann. Kein Wunder, daß Alchemisten versuchten, dieses Kunststück nachzuahmen. Oh, und wenn ich schon die Schätze erwähne, die besonders lang bestehen, wenn man sie teilt und nicht eitel auf ihnen herumhockt, so möchte ich Euch an dieser Stelle auf die Abenteuerspardose aufmerksam machen, welche unabdingbar für das Forterzählen der ewigen Geschichte ist. Auch Geschichtenerzähler müssen essen und trinken und wenn ich auf die wöchentlich wachsende Menge an Sagenbüchern schaue, so stelle ich fest, ist jede Unterstützung von allerhöchstem Wert. Also, seht doch kurz mal nach dem Link zur Abenteuerspardose unter diesem Beitrag oder schreibt mir einfach und im Anschluss geht die Erzählung weiter. Also, jetzt auf Pausieren drücken. Vielen herzlichen Dank! Nicht zögern, ab zur Abenteuerspardose. Verborgene Schätze in Niedersachsen Teil 2 Auszüge aus Denkmäler deutscher Volksdichtung Begründet von Willerich Polkert Herausgegeben von Günter Petschel, Ernst Heinrich Rehermann, Rudolf Schender Band 6, Teil 5, Niedersächsische Sagen Aus dem Jahr 1993 erschienen im Verlag Otto Schwarz & Co. in Göttingen. Nummer 3639 Die Boklerburg Bei Bokel, nahe an der Grenze, liegt die Boklerburg, ein mit Wall und Graben eingefriedeter Platz. Von der Burg, die dort gestanden haben soll, weiß man nichts mehr, aber noch im 17. Jahrhundert wurden dort die Versammlungen der Kirchspieleingesessenen von Raststädte und Wiefelstädte gehalten. In der Mitte des Platzes befindet sich eine Vertiefung, die sich nicht ausfüllen lässt. Was den einen Tag hineingeworfen wird, ist den anderen Morgen wieder verschwunden. Das hängt zusammen mit dem Schatze, der in der Tiefe liegt und dort von Geistern bewacht wird. Das ganze Jahr ist dort der Schatz verborgen und unzugänglich, aber in der Johannisnacht erscheint er an der Oberfläche, um gebleicht zu werden, und wer dann ein Stück Erbstahl hinauflegt und sich enthalten kann zu sprechen, der kann den Schatz mit nach Hause nehmen. Mehrere Personen von jenseits Oldenburg hatten sich einst vereinigt, den Schatz auf der Bucklerburg zu heben, und waren in der Nacht eifrig bei der Arbeit. Da kam mit gewaltigem Brausen ein schöner, mit vier Pferden bespannter Wagen vorbeigefahren. Der Kutscher grüßte und fragte, ob dies der rechte Weg nach Raststädte sei. Aber die Schatzgräber blieben stumm und setzten ihre Arbeit fort. Schon hatten sie den Schatz auf das Ufer gehoben, da kam ein Reiter auf einer watschelnden Gans, auf einem hinkenden Ziegenbock, dem Wagen nach. Der Reiter fragte, ob er den Wagen noch einholen könne, und die Schatzgräber antworteten, du magst den Dübeldohn. Im Nu kollerte der Schatz wieder hinunter, und sie konnten es am Geräusche hören, daß er noch tiefer kollerte, als sie ihn gehoben hatten. Der Hausmann Johann Gerken von Bokel kam einst in der Johannisnacht an der Bokeler Burg vorbei. Da bemerkte er, daß der Schatz an der Oberfläche lag, um gebleicht zu werden. Gerken hatte ein Beil bei sich, das er von seinem Vater geerbt hatte, und das mit seines Vaters Namen gemerkt war. Rasch steckte er das Beil auf den Schatz und nahm nun Beil und Schatz in seinen Hut. Wie er damit fortging, entstand hinter ihm aber viel Lärm und Gebraus, aber Gerken sah sich nicht um. Als er auf den damals noch mit Wald bedeckten Bokeler Esch angekommen war und der Lärm aufgehört hatte, glaubte er sich geborgen, stellte sich hinter einen Baum und sah zurück. Aber in demselben Augenblick begann der Lärm von Neuem. Schatz und Beil flogen aus dem Hute und das Beil dicht vor Gerkens Kopfe vorbei in einen Baumstamm hinein, der Schatz aber rückwärts und, wie man am Klingen hören konnte, wieder nach der Bokeler Burg zu. Einst kam der Knecht des Hausmanns Gerken zu Bokel den Fußpfad gegangen, der über Bokeler Burg führte. Es war Nacht, und zwar Johannisnacht. Aber der Knecht dachte nicht daran und ging arglos seines Weges. Auf der Burg angekommen, fand er aber den ganzen Wall mit harten, blanken Talern belegt, ein Stück an dem anderen und keine Seele in der Nähe. Erfreut scharte er mit dem Fuße eine Menge zusammen, füllte Hut und Taschen damit und eilte nach Hause. Als er aber am anderen Morgen in der Frühe seine Schätze besehen wollte, waren sie in lauter Kieselsteine verwandelt. Da beschloss er, die Steine wegzuschaffen, ehe es jemand merke, zog sich Strümpfe und Schuhe an und ging hinaus. Aber der eine Schuh drückte ihn, und, wie er zusah, lag ein blanker Thaler darin, der ihm beim Zusammenscharen der Thaler unversehens hineingekommen war. Nummer 3642 Die Wolfsburg Unweit der kleinen Braunschweig'schen Stadt Vorsfelde liegt die dem Grafen Schulenburg gehörige altertümliche Wolfsburg. Die ist so alt, daß sie zu einer Zeit gebaut wurde, wo der himmten Roggen noch acht Pfennige kostete, und zwar hat sie ein Schäfer gebaut. Der trieb nämlich mal mit seiner Herde über die Heide dahin. Da begann sein Hund auf einmal gewaltig in der Erde zu kratzen und scharrte bald ein paar Goldstücke hervor. Da grub der Schäfer weiter nach und fand eine ganze Bratpfanne voll Gold. Davon hat er das Schloss gebaut, und zum Andenken sieht man ihn noch am Nordgebiet des Schlosses mit seinem Stabe abgebildet. Nummer 3662 Der Kistenberg Der Berg, Osenberg, oder eigentlich die Sanddüne, welche die Umwohner als den Berg bezeichnen, aus welchem die Jungfrau, mit dem Oldenburger Horne gekommen, liegt in den Alt-Osen-Bergen, 13 Meilen südostlich vom Sandkruge, südlich vom öffentlichen Wege nach Sandhatten. Südlich vom Osen-Berge liegt der Kistenberg, in welchem eine Kiste mit Gold und anderen Schätzen verborgen liegt. Nummer 3666 Das Gold im Kruge Zu Frez befanden sich vor hundert und noch mehr Jahren nur zwei große Bauernhöfe mit weiten Heideflächen. Auf ihnen weideten große Schafherden. Einst hütete der Schäfer von dem Elendschen Hofe seine Herde in der Nähe des Blöcken, der bereits Ackerland war, das dem Nachbarn gehörte. Während die Schafe sich äsend zerstreut hatten, schaute er singend und träumend in die blaue Ferne über die im Sonnenglast liegende Heide. Plötzlich stieg vor ihm aus dem braunen Heidekraut tirillierend eine Lerche empor. Das weckte den Schäfer aus seinen Gedanken, und er gewahrte vor sich, halb verschreckt, einen Krug mit lauter Goldstücken. Er wollte sich bücken, den Schatz zu bergen, da sah er, wie bereits einige Schafe sich auf dem angrenzenden Acker gütlich taten. Bald würde die ganze Herde dort sein und die Saat schädigen. Sogleich rannte er hinzu, sorglich das Feld zu schützen. Als er aber zurückkehrte, um den Krug mit seinen goldenen Inhalt zu heben, konnte er die Stelle nicht wiederfinden. Alles Suchen war vergebens. Der Schatz war und blieb verschwunden. Man sagt, daß nur die jubelnden Lerchen im lichten Äther ihn erblicken. Römisch 1 Bei Hohenassel finden sich im nahen Walde viele Grabhügel mit Urnen darin. Da soll auch ein goldener Wagen vergraben sein. Römisch 2 Es geht die Sage, daß auf dem Heidenkirchhofe auf dem Elme in einem jener Hügel ein goldener Wagen verborgen sei. Römisch 3 Unter den Felsblöcken des Wippensteins sind vielleicht noch Urnen vorhanden, und es würde sich dann die Sage von den hier verborgenen Schätzen erklären, haftet ja doch die Kunde von vergrabenen goldenen Wagen oder Wiegen an mancher Urnenstätte. Nr. 3684 Das goldene Spinnrad der Burgruine Hardenberg An den hohen Außenmauern der Burgruine Hardenberg befindet sich ein torartig zugemauerter Rundbogen. Die alten Leute erzählen, dort hinter sei ein Keller und in dem Keller stehe ein goldenes Spinnrad und ein goldener Haspel. Im 19. Jahrhundert haben einmal auf dem Rittergut Bedienstete versucht, die mächtige Mauer, die mehr als zwei Meter dick ist, zu durchbrechen, um den goldenen Schatz zu holen. Da ist der alte Graf von Hardenberg darauf zugekommen und hat gesagt, ihr Leute, lasst ab von eurem Tun, ich will keine Geheimnisse entdecken. Da haben die Schatzsucher die bereits ausgebrochenen Steine wieder fest in die Mauer einfügen müssen. Seitdem hat auch niemand mehr nach dem goldenen Spinnrad und den goldenen Haspel gesucht. Nummer 3685 Der goldene Haspel Römisch 1 Unweit Wenzen stand an dem alten Wege, der nach dem jenseits des Elfers liegenden Dorfe Avendhausen führte, im ehemaligen Pfarrgarten eine Kapelle oder Klus. Und in diesem Garten war ein klarer Quell, welcher der Klusbrunnen genannt wurde. Schon längst wollten manche Leute Gold auf seinem Grunde gesehen haben. Eines Tages gingen drei Männer zwischen elf und zwölf Uhr da vorbei, und als sie sich niederbeugten, um mal zu trinken, bemerkten sie in der Tiefe einen goldenen Haspel stehen. Sie versuchten, ihn herauszuziehen. Allein das wollte ihnen nicht gelingen. Wie sie sich auch anstrengten, sie brachten ihn nicht in die Höhe. Augenscheinlich war es der Fuß des Haspels, der fest saß. Noch einmal rissen sie mit aller Kraft, da entfuhr der Schatz ihren Händen und versank in der Tiefe. Nachher haben die Männer noch acht Tage lang gegraben und gesucht, aber der Haspel blieb verschwunden. Römisch 2 Erwähmt sei noch die Sage, daß unter der Schule in Trögen, die vor wenigen Jahren auf dem Schlossplatz gebaut wurde, ein goldenes Spinnrad nebst Haspel vergraben liege, die beide von dem im Dreißigjährigen Kriege zerstörten Schloss herrührten. Nummer 3692 Die Kornehren Eine Frau ging eines Tages von Giboldehausen nach Bilzhausen. Als sie wieder auf dem Heimwege war und in die Nähe des Lindenbaumes kam, der am Wege steht, sah sie am Rande eine Furche mit Roggen, den sie vorher nicht bemerkt hatte. Die reifen Ehren waren von einer Größe und Schönheit, wie sie sonst in der ganzen Gegend nicht vorkamen. Die Frau nahm ein paar Hände voll von den Roggen und schritt weiter. Zu Hause angekommen, fing sie an, die Ehren auszuklopfen, und siehe, die Körner waren von Gold. Nun eilte die Frau mit ihrem Manne zurück, um den übrigen Roggen zu holen. Als sie aber hinkamen, war der Roggen verschwunden. Nummer 3693 Der goldene Weizen Wunderbares erlebte auf der Vogelsburg bei Salz der Helden einst ein Bauer an der Stelle, wo ehemals Kaiser Heinrichs Burg gestanden haben soll. Er fand da zwei schneeweiße Laken ausgebreitet und darauf lauter goldgelber Weizen, der war so rein und blank, als ob eine Taube ihn ausgelesen hätte. Verwundert besah er den Weizen, ließ ihn wie zur Probe durch seine Hand laufen und steckte einige Körner ein. Die wurden in des Mannes Tasche zu Goldkörnern. Als er das bemerkte, ging er zurück, fand aber die Laken nicht wieder. Nur einige beiseite gefallene Körner lagen da, die auch zu Goldklumpen geworden waren. Er nahm sie auf und sagte ärgerlich, Ei, hätte ich mir doch eine ganze Handvoll mitgenommen. Nummer 3695 Die goldenen Erbsen Es trug sich einmal zu, daß ein Mann aus Lichtenberg eine Besorgung auf dem Vorwerke Altenhagen zu machen hatte, und als er damit fertig war und zurückkehrte, schlug er nicht den Fahrweg ein, der um den Burgberg führt, sondern er ging geradezu über die Ruinen. Als er nun in die alte Küche kam, die Stelle, wo diese gewesen sein soll, kann noch heute jedes Kind zeigen, sah er da auf dem Herde ein lustig Feuer brennen, und über demselben stand ein Topf, in dem gelbe Erbsen so tüchtig kochten, daß sie gar über den Rand des Topfes sprangen und in die Asche fielen. Es war aber niemand dabei, und ließ sich auch sonst auf dem Burg kein Mensch weder hören noch sehen. Merkwürdig, dachte der Mann, wenn du dies unten im Dorfe sagst, werden sie den Kopf schütteln. Um nun seiner Erzählung doch Glauben zu verschaffen, steckte er einige Erbsen in die Tasche. Vor dem Orte angekommen, traf er einen guten Freund, dem er sogleich die ganze Geschichte erzählte. Der Mann aber lachte und sagte, »Du willst mich wohl für einen Narren halten?« Da griff der Erzähler in die Tasche, um die Erbsen vorzuzeigen, aber, oh Wunder, sie hatten sich unterwegs in eitel Gold verwandelt. Ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, stiegen beide rasch den Berg hinan, um noch mehr Erbsen zu holen. Aber als sie in die Burkküche kamen, war nichts weiter zu sehen, als die nackten vier Wände, Feuer, Topf und Erbsen, alles war verschwunden. Einmal waren mehrere Knaben aus Güstedt oder Ölber nach Lichtenberg zum Magde gewesen. Als sie auf dem Heimwege über die Burg gingen, sahen sie ebenfalls den Topf auf dem Feuer stehen und die Erbsen herausspringen. Zum Spaß nahmen sie sich einige mit und zeigten sie zu Hause ihren Eltern. Da fanden sich denn, daß es goldene Erbsen waren. Nun zogen die Jungen zusammen den Alten in hellen Haufen über die Burg, aber als sie hinkamen, war alles dunkel und leer. Nummer 3696 Die seltsame Bohnensorte In alten Zeiten, als noch ein fremder Volksstamm unsere Gegend bewohnte, befand sich im östlichen Teile des Roten Berges ein Geheimnis voller Garten mit allerlei seltsamen Pflanzen. Unter diesen war auch eine Bohnenart, deren Schoten von außergewöhnlicher Größe und von einem eigentümlichen goldgelben Glanze waren. Niemand in den umliegenden Ortschaften kannte diese fremde Sorte. Da waren zwei Frauen in Ankerode bei Hilkerode, die gern von den seltsamen Bohnen gehabt hätten. Eines Tages gingen sie vor Sonnenaufgang in den Wald. Sie betraten scheu den Garten. Weil sie aber niemand sahen, pflückte jede der Frauen schnell ihren Sack voll. Als nichts mehr hineinging, füllten sie auch noch ihre Rocktasche mit Bohnen. Die Weiber nahmen ihre Säcke auf die Schulter und wollten nach Hause gehen. Da schauten sie scheu umher, ob sie auch von niemand beobachtet würden. Plötzlich sahen sie zwei Jäger an der Hecke, die mit ihren Schießbogen auf sie zielten. Vor Schrecken ließen die Frauen ihre Säcke fallen und liefen fort. Als sie nahe bei ihrem Dorfe waren, merkten sie, daß ihre Taschen immer schwerer wurden. Sie sahen nach und hatten in den Taschen statt der Bohnen Gold. Nr. 3697 Rostige Knöpfe Ein Ackersmann ging schon sehr frühe, als eben der Morgen graute, ins Feld. Er ging deshalb so zeitig hin, weil es am Tage zu heiß wurde, um schwere Arbeit zu verrichten. Es wird wohl noch niemand dort sein, dachte er, denn es ist noch sehr früh. Er schien sich jedoch geirrt zu haben, denn er bemerkte frischen Nachlass von einem Pferde, auch sah es aus, als ob weiterhin schon jemand gepflügt habe. Nun ging er an seine Arbeit. Nach einigen Stunden war er damit fertig und wollte wieder nach Hause. Als er abermals an die Stelle kam, wo er vorhin die Bemerkung gemacht hatte, daß schon jemand im Felde gewesen sein müsse, sah er da selbst eine große Menge rostiger Knöpfe liegen. Willst dir einige Hände voll davon mitnehmen, dachte er bei sich selbst, man kann sie immer einmal gebrauchen. Dieses tat er auch. Es war ihm indes sehr auffallend, daß eine so große Stille im Felde herrschte und daß noch keiner da sei. Deshalb sah er sich noch einmal um, ob er nicht irgendwo Leute bei der Arbeit finden könne. Wie aber erschrak er, als er an der Stelle, wo er die Knöpfe gefunden hatte, ein großes Feuer erblickte, bei welchem zwei weiße Gestalten standen und er von unsichtbarer Hand eine Ohrfeige erhielt. Ganz bestürzt eilte er nach Hause. Seine Frau bemerkte seine Bestürzung und fragte ihn nach der Ursache. Er erzählte ihr das Geschehen und als er geendigt hatte, sagte sie, zeig mir doch mal deine Knöpfe, welche du mitgebracht hast. Er zog sie aus der Tasche und es waren lauter, blanke Goldstücke geworben. Nun schallt die Frau, daß er nicht alle mitgebracht habe und es ließ sich bewegen, in ihrer Gesellschaft noch einmal dort hinzugehen. Allein sie fanden nichts mehr. Nummer 3698 Das tote Pferd Römisch 1 Ungefähr eine Stunde wegs von Celle, rechtsab von der Chaussee und schräg gegenüber dem Dorfe alten Celle, liegt in der Fuse, einem Nebenflusse der Aller, das Dörfchen Burg, so benannt, weil hier früher die Burg oder das Schloss der Herzöge von Celle gestanden. Und ist die alte Stadt Celle so groß gewesen, daß die zwischen alten Celle und Burg liegenden Acker- und Heideflächen ganz mit Häusern ausgefüllt war. Von der alten Burg ist aber jetzt weiter nichts zu sehen, als der Graben und einige Überbleibsel des mit Gras bewachsenen Walles. Von diesem Walle geht nun die Sage, daß sich all da im Mondschein hellen Nächten eine weiße Jungfrau sehen läßt, die geht händeringend auf und ab, sagt aber kein Wort, und nur denjenigen, der auf sie zugeht, winkt sie zu sich heran. Es hat jedoch noch niemand den Mut gehabt, mit ihr zu gehen, obgleich man allgemein glaubt, daß man durch sie in den Besitz eines großen Schatzes gelangen könne, von dessen Hebung ihre Erlösung abhängig sei. Ein alter Schäfer erzählt auch, daß er eines Mittags auf dem Walle ein totes Pferd habe liegen sehen, dessen Hufe von eitel Gold gewesen. Er sei aber voller Furcht an dem Pferde vorbeigegangen, habe sich jedoch nach einiger Zeit des Besseren besonnen und sei nach der Stelle wieder zurückgekehrt, wo nun leider nichts mehr von dem Pferde zu sehen gewesen, und habe er so die wohlverdiente Strafe für seine unnütze Frucht empfangen, denn wenn er nur gleich auf das Pferd irgendeinen ihm gehörenden Gegenstand, etwa seinen Hut oder sein Messer, geworfen, dann hätte der ganze Kadaver sich in pures Gold verwandelt und er sei ein steinreicher Mann geworben. Übrigens haben einige Venetianer, die während der Regierung des letzten Herzogs von Celle sich einige Zeit in den Lüneburger Landen aufhielten, die Kunst des Schatzhebens besser verstanden. Sie fanden nämlich nach geheimen, aber eifrigen Nachgrabungen im Walle eine goldene Wiege, mit der sie schleunigst die Rückreise nach ihrer Heimat antraten. Dem Fuhrmanne, welcher ihnen die schwere Last in finsterer Nacht von Burg nach Celle fuhr, gaben sie ein Bein von dieser Wiege als Vorlohn und hat der Mann aus deren Erlös nachher großen Reichtum erworben. Römisch 2 In alten Zeiten war der Brink-Kitzer von Wickershof in Steinförde Kornhüter. Er mußte nachts aufpassen, daß das Wild aus dem Witzenbruche nicht an das Korn ging. Einmal machte er wieder seinen Rundgang, da fand er ein totes Pferd. Na, dachte er, für die Hunde ist doch ein Stück zum Mitnehmen gut genug. und schnitt ein tüchtiges Stück vom Schinken ab. Als er nach Hause kam, warf er es erst auf den Boden über dem Kuhstall. Dabei klang es ganz hell. Am anderen Morgen lag da für den Schinken ein großes Stück Gold. Dafür soll er das alte Haus mit den Ruhensteinen gebaut haben. Der Schatz in der Wiese Nr. 3745 Bei Lehrbach träumte einem Manne mehrmals, er solle einen Schatz finden, wenn er auf einer unfruchtbaren Stelle seiner Wiese fleißig graben würde. Er begann auch zu graben und war fleißig drei volle Tage lang. Endlich wurde er der Arbeit überdrüssig und rief ärgerlich, was soll ich umsonst meine Wiese umgraben, daß kein Gras mehr darauf wachsen kann. Plötzlich hörte er unter seinen Füßen ein zorniges Brummen und ein Geklapper, als wenn der Steuereinnehmer die kleinen Beutel voll Gold auf einen großen Tisch schüttet. Nächste Nacht träumte ihm, seine ganze Wiese sei ein blühendes Flachsfeld. Halt, dachte der Mann, die Sache ist noch nicht aus, ging und besäte die gegrabene Stelle mit Leinsamen. Der Samen ging kräftig auf. Ende Mai blühte der Flachs und gab Ende Juni eine reiche Ernte. Im folgenden Jahre grub der Mann seine ganze Wiese um, besäte sie mit Leinsamen, und hielt eine so reiche Ernte wie kein Mensch im ganzen Harz. So grub er lange Jahre und wurde ein reicher Mann. Seine Kinder aber mochten nicht graben und wenn die Sage recht berichtet, so liegt der Schatz noch unter der Wiese. Nummer 3748 Alle 100 Jahre Am Rande des Moores in der Gemeinde Wester-Sode liegen drei Hühnengräber, Drehbagen genannt. Zwerge sollen dort zur nächtlichen Stunde ohne von gewöhnlichen Menschenkindern gesehen zu werden, bisweilen ihren Spuk und harmlosen Schabernack getrieben haben, wenn Liebesleute sich hier heimlich trafen oder ängstliche Wanderer in dunklen Nächten vorüber eilten. In einer stürmischen Nacht, wozuweilen nur noch ein Eulenschrei durch die Dunkelheit klagte, pochte einst ein grau-bärtiger Zwerg bei einer Hebamme in Wester-Sode ans Fenster und bat mit kläglicher Stimme um Beistand für seine in Kindesnöten liegende Frau. Zwischen Furcht und Neugierde schwankte die Bartmutter, bis endlich die Hoffnung auf eine reichliche Belohnung sie doch mitgehen ließ. Bald war die schwere Stunde überstanden. Eine glückliche Mutter hielt ihr neugeborenes Zwergenkind in den Armen. Der Zwerg schüttete voll Dankbarkeit der weisen Frau eine armselige Mahlzeit Hafergrütze in den Schoß. Enttäuscht und verärgert warf sie zu Hause das Geschenk des geizigen Zwerges den Schweinen in den Trog. Ein Körnlein war aber an der Schürze hängen geblieben und siehe, bei Lampenschein glänzte ihr pures Gold entgegen. Eiligst rannte die Hebamme in den Schweinestall, aber die gefräßigen Tiere hatten alles verzehrt. Auch nach tagelangem Warten und Suchen fand die Frau im Dünger des Schweinestalls keine Spur von Gold. Durch Habsucht und ihre Geringschätzung des Geschenkes war die Hebamme um den kostbaren Schatz gekommen. Später zog ein Landmann seinen Pflug um Drehbargen. Die Zwerge verließen ob der Störung die Hügel und suchten sich einen anderen Wohnsitz. Aber eine goldene Wiege ließen sie tief unten im Berge zurück. Alle hundert Jahre während dreier Nächte steigt sie an die Oberfläche, nur bei völliger Schweigsamkeit und Lautlosigkeit ist die goldene Wiege zu heben. Zwei beherzte Männer unternahmen einstmals das Wagnis das Kleinod zu heben. Nach harter Arbeit in der ersten Nacht fühlten sie bereits die goldene Wiege, als ein Schatzgräber über seinem Haupte einen großen Mühlenstein an einem seidenen Faden schweben sah. Ein Schreckenschrei durchdrang die Nacht und die Wiege versank in die Tiefe. In der zweiten Nacht hatten die Schatzgräber das Kleinod bereits in Händen, als plötzlich vier weiße Hengste daher galoppierten, aber kein Ausruf des Erschreckens oder Erstaunens drang über die Lippen der Männer. Die Pferde verschwanden in der Ferne. Mit einem Ruck stand nun die Wiege oben und aus der Tiefe klang ein leises Wimmern, das kam von den Zwergen, die das Gold bewachten. Die Männer gaben keinen Laut von sich und die schon ihren Schatz auf die Schulter heben. Dann kam plötzlich ein lahmes Hühnchen dahergehängt, mit piepsiger Stimme rief es Guten Morgen. Die beiden Schatzgräber schwiegen. Das Hühnchen fragte, ob nicht vor einer halben Stunde vier Schimmel vorbeigerannt seien. Sie antworteten mit Kopfnicken. Als es jedoch weiter fragte, sollte ich die Pferde wohl noch einholen können, lachte einer laut auf. Augenblicklich aber fiel ihnen die Wiege mit einem solchen Ruck in die Tiefe zurück, daß sie fast den einen Mann noch mit begraben hätte. Ergrimmt schlugen sie auf das arme Hühnchen ein, aber das flatterte mit hohen Gelächter in die Nacht hinaus. Noch lange verriet eine Vertiefung in dem Hühnengrab, die vergebliche Mühe der beiden Schatzgräber. Übrigens, habt ihr auch am Anfang daran gedacht, bei der Abenteuerspardose vorbeizuschauen? Das wäre so großartig. Vielen herzlichen Dank. Besonders interessant sind die Quellangaben dieses Bandes über die jeweiligen Sagen und ihre Verfasser. Bezeugen sie doch teils detaillierte Spuren rund um die Sagen und sie schenken dem Forscher verschiedenste Daten zur Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit. Doch diese Sagen bezeugen auch ein undenkbares Phänomen, von welchem ich im ersten einleitenden Teil erzähle, den ich dem geneigten Hörer zuerst empfehle. Herzlichst Tim von Lindenau 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 Lindenau